ja hallo da draußen im youtube land ich hoffe euch geht es gut das heutige video ist etwas besonderes das ist nämlich mein 50 50 video hätte ja nicht gedacht dass ich so viele videos mache und lieber youtube einstelle schön dass ihr dabei seid im heutigen video geht es auch um was besonderes ich erzähle mal aus meiner sicht die tape deck geschichte von a bis z zwar nur von der marke sony aber auch das ist eine spannende geschichte also bleibt dran und schaut zu danke an die abonnenten wer es noch nicht ist bitte abo daumen hoch und was in die kommentare schreiben bis dann und viel spaß bei dem film ja über meine liebe zu tape decks habe ich euch ja schon mehr fach berichtet in verschiedenen filmen ich linke die mal im laufe dieses videos und im heutigen film möchte ich euch einfach mal die geschichte des text erzählen und zwar am beispiel der firma sony denn die stellte im jahr 2000 ihr letztes tape der kehr schade schade denn sony finde ich cool und einige text von der firma habe ich die geschichte von sony die lässt sich in der wikipedia müllhalde gut nachforschen heute geht es natürlich um bandmaschinen und die erste bandmaschine der firma sony kam vor über 70 jahren auf dem markt das war die typ g typ g weil der rekorder genutzt wurde um in gerichten und so weiter aufzeichnung zu machen das wurde schnell weiterentwickelt zum beispiel der tc 777 oder der sony tape recorder so wie hier in diesem video zu sehen aber ziel dieser geräte oder einsatzbereich war damals eher die aufnahme von stimme weniger die aufnahme von musik das kam dann später und zwar mit diesen geräten aus den 60er jahren und frühen 70ern ja die gingen ja weiter bis 1980 da wurde dann die spitze der tonbandgeräte produziert aber in dem video hier soll es ja um die audiokassette gehen und den herren hier den kennt ihr vielleicht lou ottens von der firma philips der mit seiner mannschaft 1963 die kompaktkassette erfand die übernahm auch sony 1966 mit ihrem ersten kassettengerät dem tc 100 schnell wurden die geräte weiterentwickelt meist so als kassetten verstärker kombination mit lautsprechern dran ja zu stolzen preisen und das hier ist der tc 165 eines der ersten top loader mit auto reverse ja sowas gab es damals auch schon drei köpfe auto reverse eine ganz schön feine sache finde ich für die zeit gebaut wurde dieses schätzchen von 1971 bis 1973 und war für fette 1078 d mark erhältlich verschiedene modes konnte man einstellen so dass das gerät auch unendlich laufen konnte es gab ein limiter vielleicht so eine art vorgänger von dolby rekorder lautstärke laut und runter konnte man es regeln 2 v meter und ein motor trieb das ganze gerät an und dahinter lief dann ein dual capstan hier sieht man die drei köpfe der herr hat mal das gerät hier auseinander gebaut dass man einen einblick kriegen finde beeindruckend sony hat auch von jeher seine eigenen kassetten vertrieben hier mal eine übersicht der ersten ausgaben ja und wir springen jetzt mal in die 70er jahre und wir sind jetzt weg vom top loader hin zum front loader und hier haben wir das top modell aus der damaligen zeit ein tc 204 gebaut wurde das modell von 1974 bis 1976 und hat mal 800 mark gekostet ja man war ziemlich stolz auf das gerät mit seiner frontladung alle bedienelemente waren auf der frontseite aber das top top modell damals war der tc 209 sd dieses gerät wurde von 1975 bis 1978 gebaut kostete 1150 mark und wie ihr seht im dunkeln sieht ziemlich gut aus das gerät bot einen frequenzgang von 30 bis 16.000 hertz ja und die bunten tasten finde ich optisch ziemlich gelungen zwei wu meter wackeln lustig vorne hin und her da und es hatte auch dolby b dolby b war 1968 entwickelt worden und ja als rauschunterdrückungssystem im analogen audiobereich eingesetzt wurde es ja und dieses gerät und das davor die hatten das beide schon angetrieben wird das gerät mit einem wechselstrom synchronmotor und verschiedenen riemen das auch so eine sache was man heute meistens reparieren muss weil die ja mit der zeit ihre elastizität aufgeben und dann darf man die austauschen ja schreibt mir doch mal in die kommentare was euer lieblings deck ist aus den 70er jahren wird mich echt interessieren ich finde das hier schon ziemlich cool so wir reisen weiter durch die zeit und wir kommen zum nächsten tapeteck und das ist ja nicht dieses das ist das l kassett tapeteck und das war so ein ausflug von sony auch in den 70er jahren gebaut mit einem eigenen kassetten typ hat sich aber nicht durchgesetzt die geräte werden heute für teuer geld gehandelt wer uns hat bloß nicht weg geben und wenn es funktioniert umso mehr behalten der el 5 und der el 7 wurden von 76 bis 80 gebaut und kosteten stolze 2500 d mark also ne schön behalten wer einen hat wir kommen jetzt zum ende der 70er jahre mit diesem cassiver hier also ein radio kassetten verstärker gerät oder zu diesem kassetten deck dem tc k 96 r wieder ein auto reverse gerät ja so das letzte seiner art in dieser silber optik und schon mit soft touch tasten außerdem war es mit glas ferrit köpfen ausgestattet also so tonköpfe die mit glas überzogen waren danach hielten die länger war damals ziemlich angesagt haben andere auch gemacht so und jetzt genießen wir einfach mal diese optik von diesem tapeteck hier ist das nicht schön ja der sony tc k 96 r r wie auto rivers wir kommen zu einem weiteren sehr interessanten tapeteck auch aus dieser zeit der sony tc k 88b den finde ich optisch einfach irre und das ist ein ja wie nennt man den schubladenlader die anzeige war eine flüssigkeitskristall anzeige mit peak speicherung und wie ihr hier seht öffnet sich die schublade ganz einfach auf knopfdruck das kennt man ja auch vom braun der tc k 88b gehörte zu so einer serie von verschiedenen geräten die ähnlich in der optik gestaltet waren besonders machten ihn seine drei motoren alles quart gesteuert alles direkt antrieb also ein feines gerät auch für einen stolzen preis von 2700 mark damals erhältlich ja sowas hätte ich heute auch gern ist gebraucht auch fast gar nicht mehr zu kriegen vor allem nicht in so einem guten funktionierenden zustand wie bei diesem gerät so jetzt hüpfen wir aber mal so langsam in die späten 80er jahre mit dem sony tc k 777 es 2 ein fantastisches gerät gebaut 85 bis 87 oder mit diesen geräten hier die mich optisch auch ganz schön abholen dolby b und dolby c finden hier nun einzug ja und der sony fx 10 10 das ist auch so ein witziges gerät ist nicht nur durch seine futuristische aufmachung überzeugt sondern auch durch die autotune einstellung das heißt eine autokalibrierung hat dieses gerät und kann das band selbst erkennen ja und status memory gibt es auch das heißt man kann verschiedene punkte setzen und das gerät findet automatisch zum gesetzten memory punkt zurück und es hat diese lustigen tasten hier nachteil ist wenn man heute so ein gerät kaufen will diese tasten haben sich meistens aufgelöst das gerät ist ja nun auch wirklich ein paar jahre alt gebaut 1981 bis 86 da lösen sich diese kunststoff folien leider einfach auf also wer es schafft so ein gerät im guten zustand zu ergattern glückwunsch neue preis waren circa 1568 d mark ja hier schauen wir uns mal so ein bisschen die funktion an der mensch von dem ich mir dieses video entliehen habe der geht mal durch die einzelnen funktionen aufnahme stopp abspielen gefällt mir gut ja jetzt ist sony das war das motto damals in den 80ern von sony das klebte dann auch an den geräten das hier das habe ich euch schon mal in einem video vorgestellt das ist auch ziemlich cool ein cassiva aber so eine art cassiva mit mehrzweckfunktion für sporthallen oder für studios zu hause konnte man ihr gitarren anschließen der sony prs 21 21 link zu dem video setze ich euch hier lohnt sich das mal anzugucken bastle ich auseinander bastle ich so ein bisschen kaputt aber am ende kriege ich es doch ganz gut hin so jetzt reiten wir weiter und kommen mit zu einem anderen kapitel und zwar zu den doppeltape decks das hatte nämlich sony auch zu bieten doppelkassetten decks die boten damals die möglichkeit schnell und unkompliziert von einer kassette auf die nächste zu überspielen waren super beliebt und ja in den späten 80ern auch richtig gut ausgestattet mit dolby b und c im normalfall und die top geräte waren auch relativ teuer hier seht ihr mal so die technischen features der einzelnen geräte dies damals zu kaufen gab so für heutige sammler scheinen die nicht mehr so interessant zu sein aber ich finde doppelkassetten decks immer noch gut so und jetzt kommen wir in die 90er jahre und zwar genauer in die frühen 90er 92 bis 94 hier zwei kassetten decks die ich habe das erste ist das tck 515 s mit dolby s der fortentwicklung von dolby b und c mit dolby s gelingen auch heute noch mit einer guten metallkassette herrliche aufnahmen wenn man gut kalibriert hat vorher ja und das andere deck ist das tck 490 das hat nur dolby c aber alle decks haben beide drei köpfe und das natürlich gut da hat man die hinterbandkontrolle ist für aufnahmen unentbehrlich ja beide decks gibt es heute immer noch zu kaufen ja kommen beide aus den frühen 90er jahren und haben also zwischen 450 und 600 d mark gekostet so und jetzt bewegen wir uns in die top liga und das hier ist ein deck das habe ich mir vor ein paar jahren gegönnt es ist das tck 808 es esprit da bei mir ist es halt die variante ohne seiten aus holz und ordentlich so edel in champagner aber ich bin trotzdem ziemlich happy dass ich dieses deck habe was hat es zu bieten natürlich drei tonköpfe drei motoren davon der kapsamotor als bürstenfreier quarz gesteuerte linear motor mit zwei schwungmassen super frequenzgänge für typ 12 und auch für metal von 15 bis 21.000 herz gebaut wurde das deck von 1993 bis 1996 und kostete damals ordentliche 1000 d mark in schwarz so wie ihr das hier seht ja das hat es aber auch verdient denn quarz gesteuerte direkt antrieb kapsam saphir lager elektrisches kassetten fach motorisch zu öffnen massive metallfront keramischer kassettenhalter also schöne dinge hat dieses gerät zu bieten und grün wollte sony seine geschichte der kassetten decks mit dem tc ka 6 es das hat es auch gemacht gebaut wurde das bis 2000 und dann war wirklich schluss mit top kassetten decks ja schade ein kapitel ging zu ende ok was ist denn euer lieblings deck von sony schreibt es mir doch mal in die kommentare mein lieblings deck ist auf jeden fall das k 808 es das hat alles was ich brauche und muss sich hinter dem hier dem ka 6 es nicht verstecken ja ich hoffe ihr hattet spaß an dem video und ich hoffe ihr schaut das nächste mal wieder rein wenn ich eins rein stelle das war heute mein 50 video für euch ich mache das einfach nur weil mir das spaß macht und ich hoffe ihr habt spaß am gucken also bis zum nächsten mal auf meinem kanal bleibt gesund und macht es gut ciao